... ... ... ... Kaboom! ... So, na komm, den kriegen die ja schon fertig, oder du. Bereich gesichert, sehr schön. Ja, ist offenbar der Weg da. So, Muni mitnehmen. So, ja. Oh verdammt. Muss mal hier durch. Hier dann. Ich guck immer ob hier noch was zum Looten ist. Ja hier ist was zum Looten, da drüben. Was willst du denn gegen den Tierraum, Alter? Hier hast du was. Ne, kann ich nicht, das hast du schon. Hier liegt noch irgendwas. Weiß nicht, was wir ohne sie getan hätten. Hm. Okay, ich glaub das liegt über uns. Hier ist nichts. Äh. Also manchmal ist die Steuerung immer noch ein bisschen fummelig. Ich hab gerade gar nichts mehr gesehen, Alter. So. Aber alles was ich nicht brauch. Was? Wo, wo ist der Wecker? Was? Was? Halt die Schnauze. Er klingelt immer noch. Da hat er noch mal drauf. Ich seh nicht mehr, er ist kaputt. Was ist das? Der Rechner hat definitiv ein Blue Screen. Äh. Irgendwo ist Feindaktivität, wollte ich dir bloß sagen. Ja, ich sollte aber aufmachen. Ach, da drüben. Oh. Von beiden Seiten, Alter. Von der Seite erledigt. Alter. Ja, sehr schön Feuerwerk. So, kommt. Oh, da kommt ja noch mehr. So, der macht gleich einen Abgang. Sehr schön. Wow. Boah, Alter. Da ist gerade direkt neben mir einfach so eine Brandbombe hochgegangen. Niemand sagt mir was. Ja, das war hinter mir. Und hinter mir gab ich keine Augen zu gucken, sonst hätt ich was gesagt. Oh ja, das sagen sie alle. Guck mal, hier sind noch mehr Tastenfelder. Wo warst du denn jetzt hier? Achso. Hier, da, hinten. Und noch nicht mal irgendwas drinnen. Noch nicht mal irgendwas drinnen. Einen Auspuff kannst du bekommen. Einen Endtopf. So, guck mal nicht drüber. So, warte. So, guck mal jetzt erstmal. Äh, wir machen erst noch das da. Das wär noch geil. Ich sag mal jetzt erstmal noch Loot. Ja, ja klar. Ich gucke auch noch auf. Das kann ich nicht öffnen. Das ist voll. Das ist voll. Das ist voll. Ist alles voll. Toll. Ich versteh kein Russisch. Wissen Sie weiter so. Nageln wir ihn fest. Was? Nee, du bist das nicht. Also, du solltest dich dann schon mal entscheiden, was du willst. Ja, ich gucke nach uns. Du solltest dich dann schon mal entscheiden, was du willst. Du hast einen Nebeneinsatz markiert hier oben. Achso, ja genau. Du meinst den. Ja, ich hab noch was gesucht hier. Oh, verdammt. Ich dachte, du erkennst den Einsatz so nicht? Doch. Ich, äh, ich hab... Oh, Alter, Alter, Alter. Alter, das ging schnell. Kabumm. Nicht mal, wir haben dir liegen lassen. Äh, Erfahrungspunkte kann man ja nie genug haben. Oh, hier war irgendwas? Ja, direkt vor uns. Wo? Ich sehe ich kein Schwein. Oh, da oben so rein am Fenster. Ah, da vorne, ich sehe es. Ich sehe es immer nicht. Ach, da. Ich glaube, das war wohl eher andersrum. Nein, wir stehen schon direkt vor denen. Nichts passiert. Da überrascht sie. Okay. Ja, mach mal. Läuft bei dir. Okay, also dein Nebeneinsatz scheint hier unten zu sein. Wirken wir es ja nach unten. Ähm... Ich glaube, ich hab verdammt wenig Munition für mein Scharfschützengewehr. Dann nimm nur eine andere. Ja. Ich wollte es nur mal verlauten lassen. Ein Echo. Echo. Bist du auch fresh? Ja, ich mach. Na gut, du, du, du machst. Oh, wir dürfen das sogar untersuchen. Und lasst mich. Ihr habt, was ihr wolltet. Und wir brauchen auch einen Arzt. Jawoll. Michael Dufain Teil 3. Ich bin ein Arzt. Ich bin ein verdammter Pfleger. Habt ihr ihn? Wir sind schon an der Klinik. Ist ja cool. Mhm. Ah, hier hinten. Michael Dufain, die haben ihn führt. Äh, dededeh, dededeh. Und danach. Nih, nih. Nih, nih. Wir haben ihn. Er kommt hoch. Okay, bringt ihn rüber. Komm schon. Okay, weiter. Okay, das war's. Es geht weiter hier drüben. Vermisste Person. Michael Dufain. Hier drüben in dem, in dem, in dem, in dem, in dem, in dem Medic Shop da. Jetzt hat man das Arzt registriert. Wow, Vorsicht. Okay, das ging relativ schnell. Du bist sehr ineffizient. Du kannst aufhören zu schießen. Warum bist du sehr ineffizient? Du hast die ganze Zeit auf den Stein geballert. Ich hau einmal auf den drauf und treff. Achso, ich hab ihn getötet. Vermisst. Ne, ne, wir sind falsch. Was tun dazu? Okay, ich glaube wir haben ihn gefunden. Wo denn? Was sehe ich? Ich bin der Meinung, dass er, dass hier, äh, irgendwo, dass er hier irgendwo sein müsste. Aber da drüben wollen wahrscheinlich noch welche was von uns. Warte mal, hier ist eine Tür zum Öffnen. Oh, hier ist ein Rucksack. Gott sei Dank. Die Jungs sind wegen dem hier voll durchgedreht. Ich wusste, Kendall würde ihn nicht schicken, um mich auszuholen. Ich hab nie was. Gut zu wissen, dass Michael überlebt hat. Unkraut vergeht nicht, oder? Ihre Freundin Lau sagt, sie schickt ihm eine Eskorte. Das ist gut, denn wir müssen ihn jetzt im Auge behalten. Bitten wir nur nicht mich darum. Ich will nicht mal ansatzweise in seiner Nähe sein. Schön. Gut. Okay, dann können wir hier mal eine Runde gucken, ob wir irgendwas finden zum Looten. Aber ich glaube, das sieht hier relativ schlecht aus. Ja, du schmeißt natürlich wieder alles runter. Ich wollte mal gucken, ob die Tiere öffnen. Ich glaube, hier finden wir irgendwie nicht wirklich was. Hier liegt ein bisschen Medi-Schienen. Aber da braucht niemand was von. Da holen wir unsere Ziele auf. Hund-Aufzeichnung und dann Robots im Kampf. Alles klar. Ich folg dir unauffällig. Na klar, na klar. So, da. Oh. Ähm. Was? Wo? Lauf doch nicht. Du läufst schon wieder voll rein. In alles. Ich muss selber erstmal gucken. Hier sind welche und gleich da vorne. Da, ich seh's auch. Wollen wir den mal auf die Fresse hauen? Jo, wartet. Bitteschön. Mö. Dich. Du weis? Wir besuchen die Gefäße. seh ich gar nichts mehr bitteschön warum war da grad grüner loot? bin ich blind? auch alles auch alles voll ich krieg hier nix ich darf nicht ist alles zu low für mich voll arrogant ist alles zu low für mich warte mal mal gucken wo meine fahrtlinie ist da alter kommt doch mal klar mit dir in deiner map bleib da erstmal stehen und warts ab du läufst aber in 3000 richtung ich bin dir voll gut wir müssen auf jeden fall irgendwo nach unten ja toll nach unten ist bei dir nie gut auf jeden fall ist hier ein telefon in der nähe naja unten naja toll oh bist du süß ne wir sind dran vorbeigelaufen irgendwo muss ein gang nach unten sein naja guck mal herein da wird da vorne wahrscheinlich irgendwo ein ander lol wo bist du da vorne warum bist du da vorne weil ich gesucht habe oh du idiot du bist so ein idiot du bist so ein idiot einfach toll ich sehe nix aber gleich naja naja erfahrungspunkte oh alter deswegen machst du das so in die hosen naja das kann ja okay okay also hier ist irgendwo ah ja genau auch alles voll alles voll alles voll alles ist voll wie man nach unten kommt hmm das ist ne gute frage vielleicht sogar nach oben nein der fein zeigt er nach unten ja schon bevor muss es ja nach unten oh ah 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 kabumm oh oh der hat ne flugstunde genommen auf alle fälle also sind auf jeden fall genügend Gegner ja hier irgendwo hinter uns hier gehts nach unten wenn du dich fragst ah ja genau das haben wir doch gerade gesehen wir müssen aufs aufs aber was 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 wo hier oben oh huh hoch 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 oh oh fuck warte mal warte mal warte mal warte mal ich mach was anderes ähm äh was von oben wir waren von allen seiten blockiert alter ah du hast ja wohl nen Schatten alter wir waren von allen seiten allergiert nur wegen ihr Telefons das musst du immer boah dicker was los ist ja wohl nicht wahr wir waren von allen seiten befallert alles ist ja ein Traumstart ah geil am besten unten war ein kleiner hoch erstmal ja ich äh führ mich erstmal auf ja ich auch nicht ich markier bloß meine Linie wieder das war ja ein geiler Start jetzt so Leute ich trink mal kurz einen Schluck ja ja mach das mach das New Yorker denn wenn wir eine Sache beherrschen dann die uns gegenseitig durch an die Krise zu helfen aber achso ich dachte gegenseitig in die Krise zu hel- äh in die Krise zu helfen boah alter was war das denn Warnung Verlassen des sicheren Bereichs na da auf auf und davon Warnung aber das war natürlich wieder ein Kunststück das nur wir vollbringen konnten ja eben ich muss mir vorstellen weißt wir wollten eigentlich nur alle retten wieso sind wir eigentlich nicht die Leiter hoch gegangen wir gehen jetzt hier lang weil es hier lang so steht achso wir sparen uns den Weg von oben nach unten ok da hinten ist auch irgendein großes oh oh ja klar die spawnen hier einfach so ja ne alter wenn du die jetzt angreifst wenn du warum greifst du die jetzt an du du idiot shit boah dicker was ist eigentlich falsch bei dir du kannst dich doch selber heilen du idiot hä hä warum 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 warte halt los ich komme alter was hab ich dir eigentlich getan nein alter was leck mich ich komme ich bin schon unterwegs bin unterwegs ich bin unterwegs ich bin unterwegs ich hab echt den scheiß heiße scheiß passte gekippt aber ich hörs noch das geballer boah scheiße ach 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 ich sag noch wenn du die jetzt angreifst du genau in dem Moment machst du das natürlich ich hab gedacht ich wär nicht mehr komm her du kleine dreckspotze komm her ich baller dir mein ganzes scheiß magazin auf den kopf nein nein Andi Hilfe da was denn er schnell für dir doch nein wie denn komm bitte zu mir bitte ja ich wollte dir aber erstmal wegschießen bitte komm bitte zu mir schnell danke ähm äh 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 wie wärs wenn du mich heil wie wärs wenn du mich heilst heile mich meine Fresse ist auch nicht so einfach hier komm mal aufeinander letztens halt keine ahnung was das jetzt ist die Tastentutche ist schnell verdreht ALTER leck mich am Arsch sammeln erstmal Loot komm runter ich hab kein verschissenen Loot ich auch ja wieso wohl weil du abgehauen bist Drecksack ich ja hier nimm dein faschistenes Telefon hallo Telefon ich habe jemanden vom Pressebüro erreicht was hat er gesagt er hat gesagt sie wüssten es nicht aber die Heimspiele sind auf unbestimmte Zeit verschoben und die Flughäfen dicht also kann niemand weg der ganze Liga Betrieb ruht die können nicht einfach nicht spielen ich weiß die Welt ist verrückt geworden Alter oh Leute was war das ich lebe immer hart an Limit so noch eins oder Kampf 13 das ist Level 13 das dürfte nicht mehr so schwer sein ja wenn du nicht wieder irgendwo in den Haufen Bossmobs rein rennst dann ja das ist ist das ist ja Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018